Hallo zusammen, das Jahr neigt sich dem Ende. Heute ist der Silvestertag, zumindest an dem Tag, wo ich das hier aufnehme. Und ja, was ist so das Übliche, was man tut am Ende des Jahres? Man bereitet sich auf vielleicht eine Silvesterfeier vor, und aber nimmt sich Dinge fürs neue Jahr vor. Und dieses Sich-Vornehmen hat etwas mit Mühe, mit Druck, mit Erwartung zu tun. Und ich möchte mal ein bisschen ein Gegenbeispiel zu diesem Mechanismus aufzeigen, wie man Dinge sich auch vornehmen kann. Denn es geht hier im Prinzip um eine Art Mühelosigkeit. Also viele würden jetzt denken, mühelos und sich Dinge fürs neue Jahr vornehmen. Die meisten Leute assoziieren mit Dinge fürs neue Jahr erreichen, endlich abnehmen, Ernährung ändern, Beziehung ändern, neue Dinge ausprobieren. Das hat für viele Leute mit Druck zu tun, mit ich muss mich zu etwas zwingen. Und wenn es schon so beginnt, dann kann man das von vornherein eigentlich sein lassen. Weil alle Dinge, die mit Druck versucht werden durchzukriegen, die werden keinen Bestand haben. Und die werden einen dann nur noch mehr in den Glauben stürzen, dass man sowieso nichts ändern kann und nichts erreicht. Man muss also komplett seinen Fokus einmal um 180 Grad drehen und Dinge versuchen mühelos zu erreichen. Und das Erreichen ist in dem Fall dann schon auch wieder falsch. Die kommen dann einfach. Und jeder hat das bestimmt schon mal in seinem Leben erlebt, wenn gewisse Dinge passieren im Außen, worauf man sich konzentrieren muss. Zum Beispiel eine Krankheit, Schmerz ist ein großer Transformator oder psychische Probleme, Liebeskummer, Depression. Plötzlich ist das so im Vordergrund, dass die anderen Dinge, um die man kämpfen musste, als man noch gesund war oder als noch alles in Ordnung war, dass diese Dinge plötzlich nebenbei von alleine sich ändern, weil man plötzlich eben nicht mehr auf diese Dinge sich fokussiert und sich da einen Druck macht, sondern jetzt hat das Leben einem ein anderes Problem geschickt, worauf man sich jetzt voll konzentrieren muss, weil das so viel einnimmt im Leben. Ja, vor allem auch Schmerzen, wie gesagt, Depressionen, so wirklich einschneidende Dinge, Unfälle, Todesfälle. Ja, da legt man seinen Fokus plötzlich auf eine Sache und die ist so allumfassend, dass andere Dinge, wie zum Beispiel eine Ernährungsumstellung oder mehr Sport zu treiben oder mehr in die Natur zu gehen, manchmal dann von ganz alleine kommen, weil man plötzlich aus einer Mühelosigkeit heraus und aus einem Gespür heraus merkt, dass einem das gut tut und man will da gar nicht hin, es passiert einfach und das ist diese Intelligenz des Lebens. Und ich habe dazu auch ein schönes Zitat, ich weiß nicht von wem es ist, ich habe mir das mal vor Ewigkeiten aufgeschrieben, das lautet, in deinem Leben ist immer noch sehr viel mehr möglich, als du im Augenblick lebst. Privat, beruflich, spirituell. Die Frage ist, willst du herausfinden, was? Wenn ja, dann verkneif dir, jammern, Recht haben wollen, Neid, Eifersucht, Groll. Richte deinen Geist auf das aus, was du wirklich, wirklich willst. Dein Leben folgt deinem Fokus. Das heißt, das Einzige, was man tun muss, ist den Geist ausrichten, ja, also den Fokus quasi in eine gewisse Richtung lenken und dann einfach mal fünfe gerade sein lassen und das Leben dich leiten lassen. Und das ist vielleicht das, was man sich fürs neue Jahr vornehmen kann, einfach Dinge mühelos zu gestalten und vielleicht daran zu glauben, dass wenn man den Druck, was man alles sein muss, was man alles erreichen muss, wenn man diesen Druck einfach wegnimmt, dass dann die Intelligenz des Lebens endlich Platz hat, in einem selbst aufzusteigen und das Leben endlich mal die Führung übernehmen kann, die Intelligenz des Lebens endlich mal dich nach deinen Leidenschaften, nach deinem Fokus sich richten kann, ja, dein Potenzial entfaltet sich genau wie das Leben sich entfaltet und das geht einher miteinander. Und wenn man immer denkt, man muss Dinge, weil man von außen irgendwelche Erwartungen erfüllen will oder selbst Erwartungen an sich hat, gerade auch im neuen Jahr, und dann hat man so viel Druck und Sachen, die man sich vornimmt, aber das schneidet von der Intelligenz des Lebens ab, das schneidet von dieser Mühelosigkeit ab. Und wenn man endlich mal das loslässt, also es geht eigentlich nur um Mühelos und Loslassen, wenn man es sich fürs neue Jahr vornimmt, das einfach mal loszulassen, diesen ganzen Druck, dieses ganze, was muss ich sein, wer muss ich sein, wie muss ich aussehen, was für eine Beziehung muss ich haben, wie muss ich wirken, wenn man das einfach mal zur Seite legt und fallen lässt und tief ein- und ausatmet und denkt, ich lasse jetzt los, ich entscheide mich jetzt für die Mühelosigkeit. Wenn man das tut, dann kann endlich etwas passieren. Und das merkt man dann oft erst ein halbes Jahr später und denkt, hoppala, wo bin ich denn gerade, was mache ich denn, was habe ich etabliert? Und wenn man dann seinen kognitiven Verstand wieder einschaltet und merkt, dann merkt man, hey, da hat sich was geändert und es war von ganz alleine, ohne dass man viel dafür tun musste. Und was noch ein anderer Aspekt ist, den ich jetzt zum Ende noch anführen will, den Impulsen mehr vertrauen. Ja, das heißt ja trotzdem, dass man im Alltag trotzdem mit Gefühlen und Gedanken konfrontiert ist. Aber man sollte sich nicht mehr da reinsteigern, um dann einen Druck aufzubauen, sondern man sollte mehr den Gefühlen und den Impulsen vertrauen. Ja, da kommt ein Impuls und man fühlt sehr schnell, ob dieser Impuls richtig ist, also ob er stimmig ist oder ob er nicht stimmig ist. Und wenn er sich nicht gut und stimmig anfühlt, dann ist es ein Impuls, der vielleicht kurzfristige Befriedigung verspricht, aber kein Impuls ist, der deine Weiche stellt und der mit der Intelligenz des Lebens so einhergeht. Und wenn es ein Impuls ist, wo man spürt, oh ja, hey, da habe ich jetzt Lust drauf und das mache ich jetzt, dann ist das oft der Beginn von etwas, ohne dass man sich großartig ein Konzept machen muss. Dann entwickelt sich das ganz organisch. Das heißt, die Impulse sind auch wichtig und oft auch Startpunkte, um gewisse Dinge, neue Dinge zu tun. Aber das hat nichts mit, ich nehme mir jetzt das und das und das vor fürs neue Jahr. Damit hat das nichts zu tun. Das hat mit Loslassen, mit in sich rein fühlen zu tun und mit Mühelosigkeit. So viel dazu. Ich wünsche allen einen wunderbaren Rutsch und ein wunderbares, müheloses, leidenschaftliches, entspanntes Jahr 2023.